Guten Tag, liebe Kunstfreunde, herzlich willkommen in meinem Atelier. Mein Name ist Urs Romer und ich möchte euch heute ein modernes Aquarell präsentieren. Heute entführe ich euch nach Spanien. Spanien, Andalusien, eine herrliche Gegend und Sujets für Künstler in Hülle und Fülle. Ich habe mir ein schönes Dorf in Andalusien ausgesucht und versuche nun dieses Dorf in ein modernes Aquarell umzusetzen. Eine lockere Pinselführung und vor allem die Fantasie ist das A und O bei der Aquarellmalerin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Alle Kunstschaffende Untertitelung. BR 2018 Ich höre jetzt auf, es ist nicht alles super perfekt, aber ich fühlte mich wieder in diesem herrlichen, schönen Dorf in Andalusien. Ich begrüße euch ein anderes Mal wieder auf meinem Kanal und sage Tschüss.